So, und schon geht's weiter bei Five Nights at Cube Pizzeria, der finale Part. Wir werden das eh nicht schaffen, deswegen wird das More Games, Mr. More, oh, nein, nein. Und deswegen wird das hier auch der finale Part sein. Wir werden den Hardcore Mode noch ein einziges Mal versuchen. Und dann ist es auf Nummer Wiedersehen. Five Nights at Cube Pizzeria, 3D, 2. Nein, keine Werbung. Wenn ihr wollt, dass das noch weiter kommt, dann lasst ein Like da, ab 1 Like. Also, ab 2 Likes kommt noch ein Part. Wow, ist wie immer ein Fall. Das ist jetzt unmöglich, der Strom muss leer gehen. Anders geht das nicht. Und bleiben jetzt einfach im Raum dran. Und warten, bis jemand kommt. Weil so geht das Strom ja gar nicht leer. Okay, ich glaube, wenn wir das Licht hier anmachen, dann ja. Ich glaube, wir müssen bis 6 a.m. überleben. Oh, Bunny! Ich sehe das ja, wenn er auf uns zugerannt kommt. Tja! Kann Bunny sich mal verrissen. Ah, Bunny ist... Ja, Bunny ist weg. Okay. Mhm. Komm schon bis 6 a.m. überleben wir. Wow, so viel Strom hatte ich bei 4 Uhr noch nie. Hoffentlich schaffen wir das noch. Weil ich meine Kamera kann nur 5 Minuten lang aufnehmen. Hm. Ich weiß, dieser Part ist 100% langweilig. Der langweilig höchste. Aber dafür versuche ich es zu schaffen. Und Leute, es zu schaffen liegt mir wirklich am Herzen. Ich möchte dieses verdammte Spiel endlich abschließen. Da ist Bunny! Oh mein Gott! Wir sind gleich bei 6 a.m. Okay, Bunny haut ab. Aber Jesus kommt. Ja, 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 ja! Was? Leute! Warte! Alle kommen von der Richtung. Wir facken nicht. Wir facken nicht. Warte! Oh, Bunny! Warte! 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 Bis wie viel Uhr muss man dann überleben? Bis 10! Das geht in mein Video nicht mehr rein! Warte! Warte! Das könnte sein, dass die Part zwischendurch im Video drin vorbei geht. Ich sag dann nochmal rechtzeitig Bescheid. auf jeden fall wird das hier jetzt der finale fahrt ich hätte jetzt gedacht wir schafft man schafft es bei 6 am 9 2 das let's play wird weitergehen leute wenn ihr mehr davon wollen dann sehen wir uns bald wieder